Glamouröser Startschuss für die internationale Automobilausstellung in Frankfurt. Am Vorabend der Messe dient das Turn- und Taxispalais als Bühne für die Weltpremiere des ersten Sports Crossover von Jaguar. 400 Gäste und viele Prominente dürfen einen ersten Blick auf die Designstudie CX-17 werfen. Mit dabei Model David Gandy und Germany's Next Topmodel Kandidatin Marien Nasemann. Jaguar-Fan Sky de Moor ist ebenso gespannt wie Schauspielerin Natalia Wörner. In einer bombastischen Show mit spektakulären Effekten steht das erste Sports Crossover der britischen Traditionsmarke dann im Rampenlicht. Und die Reaktionen sind eindeutig. Ich war sofort Fan. Es ist ein geiles Auto und ich freue mich sehr, wenn ich den Hommelich bald in zwei Jahren mal fahren darf. Ein gigantisches Auto. Also ich finde dieses Auto einfach nur wunderschön. Ich hatte keine Ahnung, dass es hier auch in blau ist. Als hätte ich es geahnt hier heute drauf abgestimmt. Es ist anscheinend auch die neueste Trendfarbe. Toll. Also an die Idee Jaguar. Ich habe ja früher immer, als ich anfing als Schauspieler, habe ich ja sehr viele Derricks gemacht und hatte überhaupt kein Geld und fuhr einen VW-Bus für 350 Mark. Fuhr aber immer als Verbrecher in einem Derricks immer Jaguar. Immer Jaguar. Und ich saß dann immer drin, habe mir das Holz angeschaut und fuhr und dachte mir, oh, ich hätte so gerne mal so ein Auto. Werde ich mir nie leisten können. Deswegen bin ich ja schon sehr lange ein Jaguar-Fan. Für das Design ist Ian Cullum verantwortlich und er hat es geschafft, die Gene der Marke auf das Crossover zu übertragen. Der CX-17 soll die Möglichkeiten einer neuen Aluminium-Monocoque-Architektur für zukünftige Jaguar-Modelle aufzeigen. Die mögliche Serienproduktion hängt nun mit von der Reaktion des Messepublikums ab. Nebenbei wird auch noch darüber diskutiert, wer denn das bessere Geschlecht am Steuer ist. Ich bin mir sicher, dass die Männer besser fahren. Tut mir leid. Frauen sind die besseren Autofahrer. Das Problem ist, dass diese langsamen Fahrer, das sind des öfteren Frauen. Oh Gott, I have to say men. Ich fahre zum Beispiel alle meine Stunts selbst, mit großer Leidenschaft. Und ich liebe das, aber das ist eher vielleicht einfach auch jetzt, weil man wirklich gerne Auto fährt. Ich sage mal so, Frauen scheuen mehr das Risiko als Männer. Im Prinzip sollten die weniger Versicherungsprämie zahlen. Ich glaube, dadurch, dass Frauen vorsichtiger fahren, sind sie oftmals etwas verunsichert. Und Männer überschätzen sich gerne mal. Also von daher kommt es auch wieder bei Null raus. So unterschiedlich die Meinungen zum Fahrstil sind, so einig sind sich die Gäste über den CX-17. Und wer weiß, vielleicht präsentieren die Briten ja schon bald die Serienversion.